Hallo YouTube beziehungsweise Zuschauer beziehungsweise Abonnenten Ja ich mache ein schnelles Video, darum rede ich auch schnell Und ja ich habe zwei Intros Das erste kennt ihr Dieses Intro gefällt mir sehr gut Ja vor allem diese Sonne hier, die so ganz schnell und geil So hin und her geht, das finde ich echt geil Und ja eine zweite Version wurde erstellt von meinem Intro machen und zwar MrJazz09 Großes Dankeschön an dich, du hast sehr lange dafür gebraucht Und ja man sieht es auch, denn das Intro ist oberhammer geil Und ja Und ihr Zuschauer müsst jetzt entscheiden welches besser ist Ja was an diesem Was mir in diesem Intro Gefällt ist das hier Also dass das Leuchten dieser verschiedenen Farben schon vom Anfang kommt Was mir nicht so gefällt ist diese Sonne hier Dass sie nur langsam und gleichmäßig so hin und zurück geht Was mir auch nicht so gefällt sind Und ja genau diese Kerstin gefallen mir nicht Gefallen mir nicht zu Und ja Obwohl es wahrscheinlich bei ihm ziemlich lange genaut wird das zu erstellen aber ja es ist Nicht so gut aus aber das hier auf jeden Fall Und ab hier Das kommt ja auch nicht mehr so richtig Das ist komisch aber ich finde es extrem geil Und auch das hier So ihr seid dann der Reihe, ich schreibe in die Kommentare Intro 1 Das heißt das was ich jetzt schon verwende oder Intro 2 wäre dann das hier Und ihr stimmt ab indem ihr ein Like auf mein Comment gebt Also ein Daumen hoch über das Intro 1 und das müsst ihr machen Und das wäre sehr gut und wenn Skypload also wenn Sky, nein Singleplayer Ähm Ohm Ja Da hab ich ja Ach Da hab ich eine Folge drin Du sagst du schreist wie ein Mensch Wo ich ähm Ja sagen wir mal Ein bisschen weine Wegen dem Lied Heaven von Gotthard Ist eine Meiner Meinung nach die geilste Band Und ja Jo m das ist jetzt egal Sagen wir ob ihr ein paar trotzdem sehen wollt Auch wenn ich ganz wenig so Ja du hast ihn weine Ganz wenig Und ich weine nicht Aber nur halt so Ihr hört halt an meinem An meiner Lauf-Nase Da Und ja äh ich schreibe in die Kommentare Und ihr den paar drei sehen wollt Oder sonst nehme ich ihn auch neu auf Und wegen SkyGrid Und ähm ich wurde von einem Zuschauer Gebet 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 Egal Äh SkyGrid SkyGrid kommt übermorgen Morgen oder übermorgen Morgen oder übermorgen Auf jeden Fall ja Wir sind so Das Video ist länger als geplant Also ciao Ich bin so Ich bin so Ich bin so Was